hallo und herzlich willkommen ich bin der murphy und wir spielen jetzt mal dune 2 viel spaß so was wählen wir denn wir wählen haus atreides natürlich ist doch klar wir das haus atreides auf kaladan dem heimatplaneten der atreides herrscht ein warmes windstilles klicken das land ist grün und saftig die fruchtbaren böden und die milden wetterverhältnisse ermöglichen vielfältige formen der landwirt das klingt ja schon mal interessant der industrielle und technische fortschritt der letzten jahrhunderte hat erheblich zum wohlstand der völker kaladans beigetragen natürlich möchte ich aus atreides sei gegrüßt ich bin dein mental gemeinsam werden wir diesen planeten von den anderen häusern entseuchen das hohe haus erwartet von dir wo 1000 credits sammelst kannst credits erwerben indem du gewürze ernten und es selbstgebauten raffinerie verarbeitet ja dann let's go my friend ok da sind wir bereit bereit jawohl sir jawohl sir jawohl sir bereit ja die haben auch einen interessanten dialekt ich finde die hören sich ein bisschen an die jawohl sir die holländer naja gut kann ja sein dass sie vielleicht holländische abstammung sind ich meine mental hier guck mal das wird auch ein holländer sein ne so ok konstruktionsanlagen alle füge werden in den konstruktionsanlagen hergestellt ok wir bauen grundplatten die brauchen wir die konstruktionsanlagen fertig bämm boah deine gefüge auf einem stabilen beton von ja generell immer eine gute idee ok konstruktionsanlagen fertig konstruktionsanlagen äh falls ihr zwischendurch mal ein blubbern hört das könnte mal eine shisha sein lasst euch nicht irritieren ich hoffe nicht dass es zu sehr stört konstruktionsanlagen fertig so was haben wir denn hier wir bauen ein windfallenergiezentrum das bauen und da sind wir jetzt dahinten Achtung feindliche einheit in der pzsch bereit in Ordnung Angriff verwachen jawohl Sir konstruktionsanlagen fertig feindliche einheit zerstört ach gut nein nein brauchst nicht mehr komm hier breche auf verwachen die windfallen versorgen dann stürzfunk mit energie ohne energie brechen deine gefüge nach und nach zusammen dann brauche ich jetzt eine raffinerie ab ach ok ja ich brauche grundplatten habe ich verstanden das fahre bereit konstruktionsanlagen fertig unsere basis wird ausgegriffen ach scheiße Bereit? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bereit? In Ordnung! Verwachen! Konstruktion fertig! Ach, Scheiße, das kommt davon! So! Ach, das waren noch Zeiten dort! Konstruktion fertig! Konstruktion fertig! Mach mal, was war eigentlich zuerst da? Darf es Command & Conqueror schon eher als hier Dune 2? Konstruktion fertig! Das würde ich mal gerne wissen, weil ich meine, das ist ja auch so Command & Conqueror Stil, ne? Stil, ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Konstruktion fertig! Ach, ich kann keine Einheiten bauen, ich brauche mehr Einheiten! Konstruktion fertig! Und, bitte bauen! Bereit? Jawohl! Jawohl, Sir! Spreche auf! Jawohl, Sir! Bereit? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bereit? 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 Ich glaube, das hier ist das Weiß, ne? Dieses Orangen... Jawohl, Sir! Bereit? 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 Ah, sind die Glocke jetzt vorbei? Bereit? 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 Ich mach ihn fertig! Ich mach ihn fertig! Der ist zu Fuß und du bist im Trike! Komm, gib alles! Bereit? 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 In Ordnung? Oh, jetzt kommt Action! Oh, jetzt kommt Action! Der 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 Und da liegt er auf dem Boden? Bereit 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 Ah, 75 Prozent gefüllt, okay Bereit 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 Gavolcha So, und da laden sich meine Credits auf, perfekt, so muss das sein Ja, bin mal gespannt, ob ein neuer Teil von Dion rauskommt Also so ein neuer 2021 Version wäre schon geil Ich meine, jetzt kommt ja auch der Film raus, oder beziehungsweise ist draußen Wir Drescher, einsatzbereit Bereit Da wird sich das eigentlich nochmal lohnen, ne? In Ordnung Bereit Können sie es gut umsetzen jetzt mit der neuen Grafik und alles Können wir bestimmt schon echt was mit machen Who knows Bereit 23 Prozent Na komm Waren wir ab nach Hause Dann habe ich meine 1000 Credits Mission Nummer 1 ist erfüllt Und? Jawohl Hast dein Einsatz erfolgreich abgeschlossen Glückwunsch Ich wusste, dass du dein Ziel ohne große Probleme erreichen würdest Ich freue mich darauf, dir bei künftigen Unternehmungen zur Seite zu stehen Danke Und dieses war der erste Streich Und der zweite folgt zugleich Ich freue mich auf den Weg D trenen Ich bin Einer 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 W Aber